Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foundation. Unsere Kirche muss hier ganz schnell gebaut werden, aber dazu brauchen wir noch 108 Werkzeuge. Die haben wir nicht. Und ja, ich hoffe einfach, dass die das hinkriegen und dass unsere Leute dann glücklicher werden. Weil es ihnen an Häusern und Glauben mangelt. Könnt ihr vielleicht doch einfach die Häuser bauen? Also es fehlt halt nur an Arbeitskraft, an was anderes fehlt es ja gar nicht. Alle unhappy. Okay, ähm, mein Auftrag ist abgeschlossen. Kann ich den vielleicht anschauen? Okay, wir haben Sachen gekriegt. Äh, und neue Leute wollen sich niederlassen. Ganz viele Leute sind jetzt verwundert. Ähm, es gibt auch hier ganz wenige, die jetzt gerade sagen würden, boah, wir müssen los. Okay, Demut wäre geil. Ich habe halt Angst, dass die sterben. Ich möchte halt jetzt nicht zu fünft losziehen lassen. Also warten wir mindestens. Oh, hey, cool, da ist gerade jemand wieder nicht mehr verwundert. Dann warten wir ganz kurz, weil vielleicht können wir wieder Soldaten befördern morgen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Hey, cool, unser Geld kann ja über das hinausgehen. Irgendwie. Kann man eigentlich in der Kirche auch irgendwas einstellen? Also ich schaue mal auf die andere Kirche, weil man konnte ja in diesem Herrenhaus und woanders auch einstellen, dass da irgendwelche vollfetten Sachen passieren sollen. Kann man das hier in der Kirche machen? Da kann man den Glockenton einstellen. Wow. Wie effektiv. Ein neuer Dorfbewohner, der wird gleich verheizt. Es tut mir leid, lieber Dorfbewohner, aber ich brauche einen Träger, ist abgehauen. Einen Sammler. Wäre nicht schlecht und Müller brauche ich dann auch noch. Mit dem Essen sieht es gerade nur bei den Bären ein bisschen knapp aus, aber der Rest geht voll. Beförderungen sind verfügbar. Okay. So, alle, die ich befördern kann hier. Ob ich die jetzt hochstufe, ist nämlich egal. Wegtreten war genug für heute. Okay, alle sind total unglücklich, weil sie Kirche brauchen, aber ich habe ja gleich eine Kirche. Ist ja nicht so. Chillt einfach mal. Wir haben jetzt wieder 16 Werkzeug. Das reicht für ein Gebäudeteil. So, das ist jetzt auch die letzte Folge, die ich dieses Jahr aufnehme, also in 2020. Und wir haben gerade 22 Uhr 21. Wenn es jetzt 20 Uhr 20, 2020 gewesen wäre, dann wäre das cool gewesen, aber so nicht mehr. Aber egal. Okay, irgendein Baumeister kommt mal wieder und klopft da dreimal hin. Ein Wohnhaus wurde ausgebaut. Ja, bau schneller die Kirche aus, schneller. Die Leute wollen weg hier. Ähm, Aufträge. Ja, ich kann keinen Fisch stiefen. Ich kann das aber auch nicht beenden. Ja, Militärmission kann ich nicht, wenn meine halbe Mannschaft hier verletzt ist. Ich habe halt gerade mal, wenn ich den teilweise ausgebildeten nimm, fünf Leute dabei. Sind irgendwelche Leute eigentlich letztes Mal gestorben? Okay, keine Toten, aber ganz viele Verwunderte. Und die müssen sich halt jetzt erstmal holen. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns. Ach, dann haut doch ab, ganz ehrlich. Wenn ihr keine fünf Minuten warten könnt auf eure scheiß Kirche. Wo einfach nur noch ein bisschen Werkzeug fehlt. Und wir haben gerade sogar 33 Werkzeuge. Also ich vermute, mein Einkaufsplan hat irgendwie funktioniert. Sollten wir das hier gleich haben. Ja, alle ganz sad und alles. Okay, zwei neue Leute wenigstens. Wie sieht es aus? Okay. Die Kirche wird immer... Okay, Steinblöcke brauchen wir auch. Wie viel haben wir da? Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Steinblöcke 43, die sollten ja reichen. Ja, da haben wir jetzt auch alle. Steine fehlen noch fünf, aber die werden wahrscheinlich gleich geliefert. Und Werkzeuge sollten auch gleich da sein. Also ich denke, es dauert nicht mehr allzu lange, bis diese scheiß Kirche steht. Okay, der nächste Turm steht. So, jetzt brauchen wir 58 Werkzeuge und fünf Steinen. Das schaffen wir doch. Wir haben gerade 39 Werkzeuge, also bitte. Ja, schön, dass die alle schon wieder abhauen. Was wollt ihr mit aufträgen? Ja, ich kann die nicht machen. So, ich schau mal, ob ich hier noch irgendwie Leute zuteilen kann. Ein Marktmitarbeiter ist abgehauen, wie schön. Dann wirst du jetzt Marktmitarbeiter. Da ist gerade so eine Stelle frei geworden. Und ich hab doch unbedingt Müller gebraucht. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. So. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. So. Wenn ich da mal wieder... Okay, also sie erholen sich alle irgendwie. Und diese Elixir wäre halt nicht schlecht. Und wenn halt jetzt noch der hier in Krita so ein bisschen mehr ausgebildet wäre, könnte ich die halt auch losschicken. Hey, jetzt hat es wieder irgendwie geheilt. Okay, also Demut, Ingrida, Horde. Einfach. Ja, ich entzippe. Ingrid. Ingrid. Sehr niedrig, interessant. Horde. Hoch. Interessant. Demut. Demut und Gunvarda. Demut. Hier ist der Gunvard. 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 Ageda. Lucina. Ähm. Lucina. Ageda. Victoria. So. Noch irgendjemand, der mit will? Alexa. Und Nicola. Alexa. Und Nicolia. Das sollte reichen. Die sind ziemlich gut. Und der Rest wird hoffentlich irgendwie wieder gesund. Demnächst. So. Werkzeuge fehlen immer noch. Allerdings haben wir 27. Aber scheinbar nicht da, wo sie gebraucht werden. Aber wie die alle rumholen, weil einfach nur die Kirche fehlt. Es ist ja nicht so, als wenn irgendwas anders fehlt. Es fehlt ja einfach nur die Kirche. Und jetzt fehlt Essen. Was? Ja, wahrscheinlich der Käse. Ist jetzt schon irgendwer wieder da? Kann mir auch einen Käse machen. Oh Gott. Ich kann wieder anfangen, Sachen zu kaufen hier. Kaufen. Kaufen. Hier mit den Steinblöcken verkaufen. Hören wir jetzt mal auf. Dann warten wir mal kurz, bis wieder irgendwie jemand anrückt und hier ein bisschen was weiterbaut. Aber da kommt halt nicht mal irgendjemand hoch. Und hier in den Hügel so Häuser bauen oder so ist halt auch nicht so drin. Die denken sich nur, boah, ich markiere einen Bauplatz. Ich habe zwar alle Materialien. Aber warum sollte ich sie denn genau dahin schütten? Wo ist das Haus? Wo ist das Haus? Da ist es. Hier, du musst es nur noch bauen. Es ist nicht mehr mehr. Bauen. Ein neuer Dorfbewohner. Schauen wir mal, wo wir den wieder verheizen. Käseträger. Träger ist scheißegal. Sammler bräuchte ich ja nicht schon. Bauer Müller. Ja, ich nehme Sammler mehr. Vielleicht rettet uns das leicht den Arsch. Ich hoffe einfach, dass dieses Unwetter gleich vorbei ist. Das ist halt das, was den ganzen wieder den Rest gegeben hat. Und ein Mönch kommt vorbei. Was will der? Außer Brot und Kleidung habe ich nicht viel anzubieten. Wir bräuchten wirklich einfach nur noch 29 fucking Werkzeuge. Dann hätten wir das alles abgeschlossen. Wir haben sogar 12 da. Und 5 Steine. Die darf man nicht vergessen. So, ja, jetzt haben wir da verloren. Und ich hoffe, meinen Leuten in den Ausland geht es gut. Warnungen, alles ist gut. Gut, ja, ich weiß, dass das fehlt. Ja, weiß ich schon. So, schauen wir mal, ob der Mönch schon oben steht auf unserem Hirnhaus. Wow, da hatten wir aber auch so eine schöne Aussicht über das ganze Dorf. Ich hoffe, der will jetzt keinen Fisch haben. Wir müssen eigentlich unterstützen. Ich glaube, niemanden. Ja, niemanden. Hier Handelsbonus. Okay, die Arbeiterschaft. Hier Handelsbonus. Okay, Arbeiterschaft, wenn der jetzt fragt. Ah, da kommt er ja. So, ich möchte gerne mal ein Volk helfen mit 50 Brettern. Ja, so. Dann war es das jetzt für diese Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es weitergeht bei Foundation. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.